Guten Abend, meine Damen und Herren, ich komme gerade just in time, wie man so schön sagt. Tut mir leid, dass ich das vorher nicht geschafft habe, aber da war Vollsperrung auf der Autobahn und solche Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Dankeschön. Ja, die Kanzlerschaft Stresemanns, eine historische Einordnung, das ist meine Aufgabe und ich möchte jetzt also mich tatsächlich auf die Kanzlerschaft beschränken und auf die Dinge, die dazu aus meiner Sicht zu sagen sind und nicht eine ausführliche Biografie Stresemanns hier bieten. Anlass für die heutige Veranstaltung ist also das hundertjährige Jubiläum dieser Reichskanzlerschaft Gustav Stresemanns und das ist natürlich Grund genug für eine feierliche Zusammenkunft dieser Art aller wichtigen in Deutschland existierenden Organisationen und Institutionen, die den Namen dieses Politikers tragen. Abgesehen von den zehn Tagen der stellvertretenden Kanzlerschaft Walter Scheels nach dem Rücktritt von Willy Brandt im Jahr 1974 und einem noch viel unbekannteren sechstägigen Intermezzo des DDP-Reichswehrministers Otto Gessler 1926, auch als Stellvertreter, hat es bis heute außer Stresemann keinen anderen, schon gar keinen parlamentarisch gewählten Kanzler aus den Reihen an der liberalen Partei vor hundert Jahren der Deutschen Volkspartei gegeben, weder in Weimar noch in der Bundesrepublik, natürlich erst recht nicht im Kaiserreich. Bei Stresemanns Vermächtnis, so lautet ja der Titel der Veranstaltung, Jahrhundertvermächtnis, würde man sowohl in der breiten Öffentlichkeit, aber selbst in der wissenschaftlichen Forschung allerdings weniger an den Reichskanzler des Jahres 1923, sondern eher natürlich an den Außenminister Stresemann der nachfolgenden Jahre denken, dessen erfolgreiches Lebenswerk 1926 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Sein Vermächtnis war eine auf Versöhnung und Verständigung ausgerichtete Außenpolitik. Das wissen wir alle. Stresemanns Kanzlerschaft ist in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit allerdings so gut wie vergessen oder mindestens in den Schatten der Außenministerzeit geraten. Dabei begann diese, die Reichskanzlerschaft, also die Außenministerzeit, wie nicht allzu sehr bekannt ist, zugleich zeitgleich mit seiner Reichskanzlerschaft, denn er behielt sich tatsächlich vor, Reichskanzler und Außenminister in Personalunion zu sein. Der liberale Außenminister und Reichskanzler wurde am 13. August 1923 vom Reichspräsidenten Friedrich Ebert ernannt und fungierte dann in dieser Doppelfunktion. Und als er im November, nach nur etwas mehr als 100 Tagen, das Reichskanzleramt aufgeben musste, nahm er in allen nachfolgenden Reichsregierungen und bis zu seinem Tod im Oktober 1926 den Außenministerposten ein. Doch was weiß man überhaupt von Stresemanns kurzer Kanzlerzeit? Erstaunlich wenig. Präsent sind eher die Probleme als das Wirken des damaligen Kanzlers. Hyperinflation, Ruhrkampf, Separatistenbewegungen, Reichsexekutionen und Hitlerputsch sind Stichworte, die dem einen oder anderen vielleicht bereits im Schulunterricht über die Weimarer Republik begegnet sein könnten. Aber welcher Reichskanzler diese Herausforderung damals zu bewältigen hatte, dieser personelle Aspekt der Geschichte, findet erstaunlich häufig kaum Berücksichtigung. So stellen sich also mehrere Fragen, wenn wir die 100 Tage der Kanzlerschaft Stresemanns 1923 historisch einordnen möchten. Erstens, welcher Anteil kommt Gustav Stresemann bei der Bewältigung der existenziellen Bedrohung der Republik im Krisenjahr 1923? Und zweitens, wie kommt es dazu, dass die Reichskanzlerschaft Stresemanns so wenig präsent ist? Zum ersten Punkt. Aus dem Blick der Historiker ist das Jahr 1923 ohne Zweifel das Krisenjahr der Republik schlechthin. Und es sind ja auch etliche Bücher genau zu diesem Jahr jetzt erschienen. In keinem Jahr war die Republik in so kurzer Zeit mit so unterschiedlichen Problemlagen konfrontiert worden wie diesen. Dieses Krisenjahr hebt sich aber im Vergleich mit ähnlich schwierigen Jahren wie 1919 oder 1920 dadurch ab, dass ihm eine vergleichsweise lange Ruhephase folgte. Die Jahre zwischen 1924 und 1929 gelten als eine Zeit, in der der Republik eine Atempause vergönnt war. Es war die Zeit, in der der Ruf der goldenen 20er Jahre entstand, der sich vor allem auf das Kultur- und Gesellschaftsleben sowie die wirtschaftliche Stabilisierung bezieht. Es sind die Jahre, die auch als Ära Stresemann bezeichnet werden. Weil er als Außenminister ein Stabilitätsanker war für manche unter den Kanzlern Wilhelm Marx, Hans Luther und Hermann Müller, die zwischen anderthalb und zwei Jahren amtierten, zwischen 1923 und 1929, galt er sogar als der heimliche Reichskanzler. Und tatsächlich waren die politischen Ereignisse und wirtschaftlichen Entscheidungen des Jahres 1923 auch mitverantwortlich für diese relative Ruhezeit, eine Phase der relativen Stabilität, sechs Jahre, die, wie es Heinrich August Winkler einmal formuliert hat, den Schein der Normalität erweckten. In jedem Fall hatte sich die Vorgeschichte des August 1923 so dramatisch zugespitzt, wie selten zuvor in den viereinhalb Jahren seit der Revolution und der Gründung der Republik 1918-19. Nun schien es keinen anderen Ausweg mehr zu geben, als zum ersten Mal in den Jahren Weimars eine sogenannte Große Koalition zu bilden, die neben den Parteien der Weimarer Koalition, also SPD, Zentrum und DDP, zusätzlich noch die DVP in die Regierung aufnahm. Zum zweiten Mal waren nun vier Parteien in einer Koalition vertreten. Nach rund einem halben Jahr Abstinenz kehrte aber die SPD als größte Reichstagsfraktion erneut in die Regierung zurück. Der österreichische Botschafter in Berlin stellte fest, ich zitiere ihn, die Regierung der Großen Koalition ist die letzte Regierung, die Deutschland im Rahmen der Weimarer Republik aufzubringen vermag. Niemals hat eine Regierung ihr Amt in einem schwierigeren Augenblick übernommen als dem Gegenwärtigen. Stresemann hatte seit 1920 auf eine solche Konstellation gehofft und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auf sie hingearbeitet. Dabei hatte er nicht nur auf Gespräche mit allen beteiligten Parteien, den späteren Koalitionspartnern, gesetzt, vielmehr hatten die diversen Krisenlagen Weimars auch bei ihm selbst einen politischen Meinungsumschwung in Gang gesetzt, der den früheren nationalliberalen Annexionsbefürworter und Monarchisten allmählich zum Anhänger der Republik machte. Also vom Herzens Monarchisten zum Vernunft Republikaner, wie formuliert worden ist. Trotz aller Spekulationen, er sei der richtige Kandidat für die Reichskanzlerschaft oder eben nicht, hatte sich Stresemann selbst zu Beginn des Jahres 1923 noch loyal gegenüber dem Vorgängerkabinett von Wilhelm Kuno verhalten. Er billigte nicht nur den passiven Widerstand gegen die seit Januar laufende französische Ruhrbesetzung, sondern unterstützte die Regierung auch durch mehrere Reden im Reichstag. Am 29. April 1923 schrieb er an seine Frau, In der Politik ist hohe Spannung. Ein Wechsel in der Regierung kommt nicht in Frage. Ich habe mich auch von der Gruppe zurückgezogen, die mich mit Gewalt zum Kanzler machen wollte. Meine Zeit kommt noch. Wenn ich Kanzler sein soll, so muss man mich rufen, aber nicht den Eindruck haben, als wenn ich mich dauernd drängte. Zitat Ende. Einen Monat später meinte er, Kunos, Zitat, Kunos Erbschaft zu übernehmen, ist beinahe politischer Selbstmord. Dabei ist kein anderer Kandidat als ich. Im Juni schließlich schrieb er, Ich kann mich auch nicht drücken, wenn es auf mich ankommt. Dabei bin ich mir sehr zweifelhaft darüber, ob ich Hoffnungen erfüllen kann, die man in mich setzt. Dazu ist die Situation zu verfahren, die Macht des Kanzlers zu gering und Erfahrungen in internationalen Verhandlungen muss ich mir doch auch erst erwerben. Ich setze mein ganzes politisches Ansehen, das ich mir seit 20 Jahren erworben habe und vielleicht mein Leben aufs Spiel. Zitat Ende. In den Augusttagen des Jahres 1923 ergab sich dann plötzlich die Situation, dass kein Weg mehr an Stresemann vorbeiführte. Kuno trat nach einem Misstrauensvotum zurück, die SPD drängte auf eine große Koalition und auch größere Teile der eigenen Partei, der DVP, stimmten dem zu. Auch Friedrich Ebert, der lange Zeit Stresemann skeptisch gegenübergestanden hatte, sah schließlich diese Ernennung als realistischen Ausweg aus einer Sackkasse an. Die Regierungsbildung vollzog sich dann innerhalb von nur einem Tag. Vier Minister stellte die SPD, drei das Zentrum, zwei die DDP und die DVP. Schließlich behielt der parteilose Hans Luther sein Ministerium. Und im Reichstag entfielen 239 von 342 abgegingen Stimmen auf die neue Koalition. Bedenklich dabei war allerdings, dass 43 Abgeordnete der SPD und damit fast die Hälfte und 19 der DVP, also der eigenen, der Stresemannschen Partei, und damit fast ein Drittel nicht mitstimmten. Stresemann, der mit der Reichskanzlerschaft den Fraktionsvorsitz aufgegeben hatte, konnte also nicht mehr auf die uneingeschränkte Loyalität der eigenen Fraktion setzen. Das zeugt schon von der tatsächlichen Fragilität dieser Regierungskonstellation. Tatsächlich hielt die Erste Koalition bis zum 3. Oktober, die Zweite erneut eben unter Stresemann als Kanzler bis zum 23. November 1923. Wie ging Stresemann mit den Krisenherden um? Das drängendste Problem war die Finanzkrise und damit zusammenhängt die Frage der Fortsetzung des Ruhrkampfs, der den Staat Milliarden Reichsmark kostete. Der verordnete Streik der Eisenbahner und Zechenarbeiter musste durch gigantische Summen finanziert werden, die längst nicht mehr gedeckt waren. Aber ohne Einnahmen durch Kohle und Stahl und Exporte war eine Stabilisierung der Währung nichts zu leisten. Und ohne die erfolgreiche Bekämpfung der Inflation gab es keine Regelung der Reparationen und keinen Ausgleich mit Frankreich. Stresemann bahnte nunmehr direkte Verhandlungen mit Frankreich über die Ruhrfrage an, die zunächst auf Ablehnung stießen. Dann beschloss das Kabinett am 24. September auf seinen Vorschlag den Abbruch des Ruhrkampfs. Die Währungssanierung selbst, die Stresemann anstieß, überließ er weitestgehend den Fachleuten, dem sozialdemokratischen Finanzminister Rudolf Hilferding sowie den Finanzexperten Hans Luther und Hjalmar Schacht. Der Kanzler brachte mit seinem Kabinett ein Ermächtigungsgesetz ein, womit am 15. Oktober die Währungsreform beschlossen wurde. Als in dieser Situation mehrere Schwerindustrielle an der Ruhr, unter Anführerschaft des mächtigen industriellen Hugo Stinnes, übrigens ein ausgemachter Feind von Stresemann, als diese also eigenmächtig Verhandlungen mit den Franzosen anbehandelnden, griff Stresemann trotz erheblicher gesundheitlicher Probleme persönlich ein und verhinderte den Plan einer eigenständigen Rhein-Ruhr-Währung. Zum 15. November wurde die Rentenmark eingeführt. Mit dem Kurs von einer Rentenmark zu einer Billion Papiermark war die grassierende Inflation erst einmal gestoppt. Zuletzt hatte ein Kilo Brot über 230 Milliarden Mark gekostet. Die Räumung des Ruhrgebiets nach Ende des passiven Widerstands wurde von Stresemann vereinbart, aber bis zum endgültigen Abzug der französischen Besatzungstruppen sollte dann noch über ein Jahr vergehen. Dass zwischendurch auch noch die von Separatisten geplante Gründung eines eigenen Rheinstates eine reale Gefahr war, soll hier nur am Rande erwähnt werden. Sie zeigt aber, bis an welche Grenze die Zerfallsbestrebungen an Rhein und Ruhr das Reich gebracht hatten. Stresemann gelang es, auch diese Pläne zu vereiteln und damit die von innen und außen bedrohten Reichseinheit zu wahren. Ausgelöst durch die Beendigung des passiven Widerstands in der Ruhr kam es am 1. Oktober zum Putschversuch von 400 rechtsextremistischen Angehörigen der sogenannten Schwarzen Reichswehr in Küstrin-Aderoder. Vom Reichswehrminister Gessler mit Zustimmung des Kanzlers mobilisierte Reichswehreinheiten machten im Aufstand aber schnell ein Ende. Fast zeitgleich, als wären es jetzt nicht schon genug Krisen gewesen, fast zeitgleich und parallel mit der Ruhr- und Finanzkrise zeigten sich weitere Bedrohungen der Weimarer Republik, die ein persönliches Eingreifen des Kanzlers erforderlich machten. Zum einen war dies die Beteiligung von Kommunisten an den Regierungen in Sachsen und Thüringen. Stresemann forderte ultimativ den Rücktritt der sächsischen Regierung und der Erich Zeigner und als diese sich weigerte, ließ er die Reichswehr in Dresden einmarschieren. Diese setzte die Regierung ab und Stresemanns Parteikollege Rudolf Heinze übernahm als Reichskommissar vorübergehend die Regierung an der Elbe. In Thüringen verließen die Kommunisten am 12. November das Kabinett. Zum anderen verstärkten sich rechtsextremistische Tendenzen in Bayern, die es seit dem Ende der Münchner Räterepublik permanent gegeben hatte. Hierbei überlagerten sich die Interessen der bayerischen Regierung, ihres Generalstaatskommissars Gustav von K. und der Reichswehrführung. Der Kommandeur der bayerischen Reichswehrdivision, General Otto von Lossow, plante dem italienischen Beispiel Mussolinos folgend den Einmarsch nach Berlin und die Ausrufung der nationalen Diktatur. Da die Reichswehr unter General Hans von Seegd mit einem Eingreifen zögerte, waren auch Stresemann die Hände gebunden. Zugleich ließ Reichspräsident Ebert nach einem anderen Kandidaten für den Kanzlerposten sondieren. Und auch in der DVP-Fraktion wurde der Druck, die DNVP, also die deutschen Nationalen, in die Regierung zu holen, stärker. Stresemann soll in dieser Situation gesagt haben, ich bin das Hundeleben satt, so in der Fraktionssitzung. Am 9. November löste sich die Situation ohne konkretes Eingreifen des Kanzlers. Die bayerische Regierung schlug den Hitler-Ludendorff-Putsch nieder und beendete damit vorläufig den Spuk. Mir ist gerade eingefallen, dass ich wahrscheinlich bedingt durch die Hektik des Ankommens die Präsentation vergessen habe. Ich will aber wenigstens die Fotos gerade noch zeigen, wenn gerade mal... Ach so, hier kann ich... Alles klar, ja. Also, man kennt ihn also als Außenminister. Klassische Bilder wie hier links in Locarno. Die DVP, die 1930 sogar noch Werbung mit ihm macht, obwohl er da ja schon tot ist. Und ein anderes Bild hier, Genf 1926. Deutschland ist in den Völkerbund aufgenommen. Aus der Reichskanzlerschaft gibt es relativ wenige Fotos, jedenfalls die so datiert sind. Das wäre rechts dieses, 1923. Oder hier mit Journalisten, auch datiert auf 1923. Und auf Bayern bezogen, hier eine schöne Darstellung, das Deutsche Orchester, Dirigent Dr. Stresemann zum bayerischen Posonisten. Mit ihrer falschen Vorzeichnung, verderben Sie die ganze Symphonie. Also, man sieht die bayerischen Probleme hier tatsächlich sehr handgreiflich. Also, auch der Hitler-Ludendorff-Putsch am 9. November wurde niedergeschlagen. Dennoch scheiterte Stresemanns Kanzlerschaft, konkret die zweite von ihm gebildete Koalitionsregierung, schließlich an den Vorfällen in Dresden und München. Denn die SPD-Reichstagsfraktion warf ihm die Ungleichbehandlung der beiden Fälle, rechts- und linksextremistischer Bedrohungslagen vor. Das angestrebte Misstrauensvotum und die schließlich abgelehnte Vertrauensfrage führten zum Rücktritt der Regierung Stresemann nach 103 Tagen am 23. November 1923. Stresemann hatte in seiner letzten Rede als Kanzler noch versucht, zur Einigkeit aufzurufen. Er sagte, nicht Restauration und nicht Gegenrevolution, sondern Evolution und Zusammenführung, das müssen die Grundgedanken der großen Richtlinien der Politik sein. Er sei der erste Kanzler, so Stresemann, in martialischer Diktion gegenüber der ausländischen Presse, der in offener Feldschlacht gefallen sei. Die Frankfurter Zeitung kommentierte am Tag darauf, das Kabinett Stresemann hinterlasse einen Haufen Scherben, so Zitat. Auch der britische Botschafter, Lord de Bernard, sah es ähnlich. Fast alle Fragen, vor die sich Stresemann gestellt sah und an denen er zum Schluss scheiterte, sind ganz oder zum Teil ungelöst geblieben. Ich sehe keinen Lichtschimmer am Horizont. Stresemann selbst beurteilte es völlig anders. Beim Rücktritt des Kabinetts, Zitat, war die Rentenmarkt geschaffen, Mitteldeutschland in Ruhe, der bayerische Aufstand zusammengebrochen, die Rheinlandfrage zur Ruhe gebracht, durch die beginnende innere Gesundung, die Außenpolitik für künftige Entwicklung freigemacht, durch eine Politik, die den Mut fand, den Ruhrkampf zu beendigen. Diesem Urteil unseres Protagonisten hat sich die überwältigende Zahl der späteren Historiker angeschlossen. Und es spricht viel dafür, das so zu sehen. Theodor Eschenburg, der vor dessen Tod Mitarbeiter Stresemanns war, zog 1963 und erneut 1978 folgende Bilanz. Die akute Lebensgefahr, in der das Reich zwei Monate lang geschwebt hatte, war gebannt. Nur ganz wenige sichtbare Erfolge hat Stresemann in dieser Zeit aufzuweisen. Aber er hat in diesen drei Monaten die entscheidenden Voraussetzungen für künftige Erfolge geschaffen. Hätte Stresemanns politisches Wirken nach seiner Entlassung aus irgendeinem Grund ein Ende gefunden, allein seiner Leistung in den 100 Tagen seiner Kanzlerschaft wegen, wäre er einer der bedeutendsten Erscheinungen der Weimarer Zeit gewesen. Also, was bleibt also von Stresemanns rund 100-tägiger Reichskanzlerschaft bis heute haften? Was hat Bedeutung über die damalige Zeit hinaus? Als es Mitte 1923 darum ging, dass der Kanzler angesichts multipler Krisenphänomene handeln musste, war Stresemann zur Stelle, überwand politische Blockaden und traf wegweisende Entscheidungen. Er beendete die Sackkasse des Ruhrkampfs, der politisch risikoreich und ökonomisch gefährlich war. Er ließ sich in den Finanzfragen zum Aufhalten der Hyperinflation von Experten beraten und folgte deren Hinweisen. Entschieden trat er gegen die Bedrohung der liberalen Demokratie Weimars von rechts und links ein. Er zeigte sich als Reichskanzler anders als viele Vorgänger und Nachfolger. Nicht als zaudernd, sondern als handlungsbereit und handlungsfähig. In den Krisensituationen des Jahres 1923 als hauptverantwortlicher Politiker innerhalb weniger Monate pragmatisch entschieden und konsequent gehandelt zu haben, ergibt eine, wie ich finde, beeindruckende und zugleich erfolgreiche politische Bilanz. Die liberale Demokratie Weimars im Jahr 1923 von drei akuten Bedrohungen gerettet und politisch stabilisiert zu haben, das ist ein Jahrhundertvermächtnis Stresemanns, das auch gegenüber seiner nachfolgenden erfolgreichen Außenpolitik historisch bestehen kann und entsprechend anerkannt und gewürdigt werden sollte. Was nachlebende Historiker einem Politiker als Verdienste und Erfolge zurechnen, wird von den Zeitgenossen oftmals in einem anderen Licht gesehen und beurteilt. Deswegen die Zitate vorweg. Nicht anders verhielt es sich im Jahr 1923, in dem der erzwungene Rücktritt des Kanzlers durchaus unterschiedliche politische Reaktionen auslöste. Als Gustav Stresemann am 22. November 1923 sein Kanzleramt aufgeben musste, stellte Reichspräsident Friedrich Ebert gegenüber seinen Parteifreunden resignativ, nachdenklich, aber zugleich weitsichtig fest. Zitat Was euch veranlasst, den Kanzler zu stürzen, ist in sechs Wochen vergessen, aber die Folgen eurer Dummheit werdet ihr noch zehn Jahre lang spüren. Herzlichen Dank. Applaudissements 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 Applaudissements